Hallo zusammen und schön habt ihr wieder bei eingeschaltet zu War Thunder wieder. Steigen wir gleich mit dem ein, denn will ja auch ein bisschen gelevelt werden, um da mal seine ganze Kraft testen zu können, sag ich jetzt mal. Stehen gerade ein bisschen komisch. Danke fürs Drehen, ich bloße E zu A. Dann hopsen wir da mal runter. Ja, da sind beide Brücken runter. Oh, mach du das, B. Ich gehe mal zu A. Okay, da ist ich schon kaputt gegangen auf dem Weg dahin. Aha, kleiner Drecksack, nachdem der Turm nicht so beweglich ist. Jetzt lauert der da, das ist aber tot. Außer ich versuche da in einem anderen Winkel hinzufahren. Na ja, der steht da hinten. Wie mache ich das? Ich möchte eigentlich hier runter. Das hier bringt mich gerade nicht sehr viel. Oh. Ja, kommt das geflogen, Junge. Da sind wir in den Pfosten. Aber da ist noch ein anderer. Das Ding ist ja witzig. Aber mein Lieblingsfahrzeug, das wirklich so gut klappt. Die Nachladegeschwindigkeit habe ich mal ein bisschen erhöht. Warte, da oben rechts eine M4. Ich suche da mal ein bisschen. Na, blöde Pusch, geh weg. Wo ist er? Waren die Schrift bitte weg? Na, na. Oh. Wer war das? Okay. Ja, war auch nicht die beste Position. Ah, macht nichts. Aber ist so, wenn er trifft, dann ist es tödlich. Wir gehen da unten rein. Geh mal da ein bisschen zu Fee spielen. Weil A und B. Ja, die snipen da nur noch. Ah. Ah. Krüster Kuss. Geh weg. Jo. Armfeld. Irgendwo da hinten. Aber auch keine Hilfe. Der ist weg. Danke dir. Bitte dir. Nur gemeinsam ist man stark. Hallo. Ich bin hier richtig. Selbst drin für große Panzerversammlung. Achtung. Ich glaube, der ist da hinten nicht. Ich glaube, der ist da hinten nicht. Valentin. Das ist da hinten. Wenn du nur den siehst, dann kann ich von der Seite kommen. Okay, war nicht so eine schlaue Idee. Aber der ist weg. Aber da kommen gleich noch welche. Boah, was war jetzt los? Okay. Ja, nu. Dumm gelaufen. Wir nehmen die Pets drei. Wir nehmen die Schlacht unten raus. Vielleicht auch zu B. Ne, passt schon. Pass. Das ist was japanisch. Oder es ist chinesisch. Keine Ahnung. Ich kann die Schrift da nicht unterscheiden. Dass du da einer von oben herkommst. Da wisst ihr was Du da klebst Nein Ich wollte gerade Appelle die Schlagung verwerfen Schade. Naja. Ein bisschen Punkte. Ein bisschen Abzeichen. Das ist mittlerweile auch erforscht. Sehr schön. Löscht die Statistik. Ja. Lässt dich sehen. Wer will eigentlich verloren haben. Gut. Wie gesagt. Wenn ihr weitere Tipps und Tricks habt. Immer her damit. Ich lese die Kommentare eigentlich alle. Und ja. Dann wünsche ich euch wieder einen wunderschönen kühlen Tag. Und bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen. Dann. Vielen Dank.